Yo Leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video of the Pace. Heute Master Builders nach langer Zeit, ich glaube auch schon ewig nicht mehr hochgeladen. Ich glaube wir haben bisher nur eine Folge gemacht. Ja, aber die war schon ewig her. Heute nicht aus zwei Perspektiven, wie beim letzten Mal so eine aus drei. Ultimative. Ja, mal was ganz exklusives hier am Start. Und wir müssen ein Auto bauen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen gleich an. Viel Glück für euch beim wunderschönen Bauern. Danke, danke. Easy. Und ich würde es noch nicht abschneiden. Danke. Oh, 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 you can't change. Und damit herzlich willkommen zurück aus dem Zeitraffer. Ähm, ja, ich habe wunderschön gebaut, wie man sieht. Auf jeden Fall, wow, everything is awesome für meinen Flugzeugzug. Ach, das ist Dions. Ja. Oh. Okay, also. Das ist ein Kass. Kastenwagen? Meh. Nein, echt nicht, meh. Jawoll, so gehört sich das. Alter, was passiert mit Mime, Alter? 2D? Monster Frog? Sorry. Unten liegt ein Block. Soll er halten? Nee, also... So. Oh. 2D? Das ist... Das ist auch ein bisschen breit, aber das ist voll... Keine Ahnung. Da hat man wenigstens Platz drin. Das stimmt auch nicht, irgendwie. Oh, meh. Benji goes high. Ja, sieht man in seinem Wort. Oha, mit Straße. Da hat sich jemand Mühe gegeben. Auf jeden Fall... Gut. Das ist tatsächlich nicht bad. Guck mal, da hinten sieht er so aus. Oh. AS 09. Wo ist denn AS? What the holy... Wie kann man so groß bauen in der kleinen Zeit? Wie geht's? Yo... Das ist eigentlich so ein Bus. Also... Ist das dein Laser? Ich hab gesagt, ich hab einen Bus gebaut. Oh fuck, ich hab vergesst zu bewerten. Also ich bitte top, Alter. War zu... geflasht. Hm... Also Spoiler erinnert mich jetzt an eine Aussage von Loren. Hm... Interessant. Ist es deins? Ja... Aber geile Lichter. Die hat niemand gekasst. Yo, also besser als das auf jeden Fall. Das ist ein Zug. Das ist wirklich ein Zug, ja. Das ist ein Zug. Da war mein Bus ja schöner. Ich mein, Dach hat ja schlecht zugehalten. Ja eben. Es war voll windig hier drin. Ach so, das explodiert mich. Es war voll voll. Wow. Alter. Okay. Sorry, aber das ist amazing. Oh mein Gott. Das ist richtig gut. Oh mein Gott. Das erste annehmbare Auto. Das ist echt amazing. Das ist mega gut, Alter. Aber das ist safe abgebaut. Das wird halt irgendwo. 100 pro. Ja, schon. Wie kann man denn sowas bauen, Alter? Aber das wäre ein geiles Auto. Das wäre ein richtig geiles Auto geworden. Das sieht einfach aus wie ein fucking Flugzeugträger, Alter. Ja, das wäre richtig gut geworden. Das wäre dich geworden. Shit. Boom. Dritter. Ach, wirklich doch Alter. Das ist mein Bus schöner. Easy. So, und damit willkommen zu einer Runde Speedbörse nachher. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Wir haben es gerade schon versucht, da kam ich nicht. Ja, ich bin nicht. Das ist Server Shutdown. Richtig nice. Von Mindplex. Deswegen wieder 2. Ähm. Keine Ahnung. Was auf diesem... Mal schauen. Äh. Auf geht's. Ich hoffe einfach mal, es wird schlechter als ich. In der Runde. Hi. Ähm. Was war denn auf dem anderen Ding da? Waren es nur so 3 Dinger nach oben oder was? Wo kommen die ganzen Dingblöcke hin? Diese grauen. Äh, türkis gefärbt. Auf den anderen Pilz kommen. Ja, wie sah der andere Pilz aus, Alter? Ja. Joosh. Voll geflayt, Alter. Weh, ich flieg jetzt raus. Scheiße. Ach, so ist er das jetzt. Nein, 57 nur. Ich war 73. 71. Alter, ich war aber nicht so weit davon entfernt, hier. Von dem, was der gemacht hat. Naja. Äh. Ohhhh. Das ist voll. Das war eine Flamme. Geht nicht. Aber das geht eigentlich. Geht nicht. 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 Einmal. Hat er dir jetzt ein Blatt an der Seite? Ja. Ein Tee? Oder nochmal ein Tee? Ah ne, das war da mit. Ups. Perfekt Match. Hat die auch Perfekt Match? Ja. Ja. Hä, das haben wir fast alle. Ich auch. Hä? Was hat der da hinten gemacht? 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 Das sieht interessant aus. Fast. Das ist eine ganz schwere Entscheidung jetzt. Wer weiß gut. Alle so perfekte, äh, Sonnenblut. Was hat der da für einen Topf alleine gemacht? Ich find die drin. Oh, okay.. Hä? Was ist das? Was ist das? Ja! Alter! Wie fett ist das Ding? Drei. Ja, geht aber. 1-2 hoch Ich mach Perfect Match eigentlich vor Jetzt hat, glaub ich, ungefähr jeder vor Werde ich auch schaffen, das ist so easy Easy like a banner Oh fuck, innen ist es hole, ne? Doch Es muss hole sein, sonst gehen die Blöcke nicht auf Fuck Fuck, ich hab mich irgendwo verbaut Ich hab mich auch noch mal verbaut, oh mein Gott Ey, das ist mehr als nur hole Ich hab irgendwo noch 780, ich hab mich einmal verbaut, ich hab die eine Taste falsch gesetzt Fuck Yo, was? Als wäre das jetzt so schlecht, what the fuck Der neben mir ist doch viel schlechter Der hat nicht mal die Tasten fertig gebaut Don't get lost Ach du Kacke Dein Ernst? Na egal Ich mag die jetzt hier schon eine Aufnahme verbauen So, jetzt hab ich keine Ahnung mehr Ich glaub die Dinger waren nicht so hoch, die waren nur 2 hoch Ne, die waren 3 hoch, oder? Ich hab keine Ahnung Die waren 2 Aber die anderen 3 hier, die machen das viel besser Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Aber die anderen 3 hier, die machen das viel besser Ich hab keine Ahnung Oh, exploded Easy, Alter Brauchst du meine Sicht noch, oder darf ich meine Aufnahme beenden? Ähm Ne, das kann ich beenden Beenden mal speichern Oh, das ist nach hinten O, das ist nach hinten Ich hab keine Ahnung Here Ich hab keine Ahnung Er hat nicht mehr Oder Oder In der erve Hey. Macht er denn? Keine Ahnung. Ganz schnell wieder, wenn er jetzt rausfliegt. Jetzt haben wir ein paar Menschen an, der verkackt wird. Ein Tintenfisch. Oh mein Gott. Das ist alles schön. Symmetrisch gebaut. Kann man sich merken. Schneller! Hetz mich nicht, ey! Dann verbaut ich mich! Schneller! Okay, du bist hier die Beste bis jetzt. Aber wobei, der... Oh, der baut schneller. Der hier hinten. Gucken wir jetzt noch nach oben. Das ist echt ähnlich. Aber der eine ist auf jeden Fall schlecht, halt. Denk ich... Ja, wobei er ist nicht schlecht, aber... Er hat weniger bis jetzt. Das ist perfekt match. Nice. Und der eine ist noch... Ne, er kriegt es nicht, oder? Kriegt es fertig? Oh! Wie asozial. Oh, shit. Das war close. Aber der eine Button hat gefehlt. Muss ich das ausschalten, bestimmt, ne? Ja? Ja? Oh, das ist gut. Ja, ich muss das alles nicht... Nehmen. Schneller! Der ist schneller! Hör auf! Schneller! Scheiße! Ja, scheiße. In beide perfekten Mannschaften geht es eh weiter. Ja, aber nachher wird es nicht fertig. Dann ist er einfach weiter und dann hat er schon gebraucht. Ach, ja. Wie geht das so? Das sieht gut aus. Ist noch ganz leicht vorne gerade. Oh, der hat das... Oh mein Gott! Ich krieg das nicht! Alter! Alter! Das war knapp. Ich hab das nicht gekriegt! Alter! Diese scheiß Mauswahl! Also auf jeden Fall unterschiedlich herangehensweise wie am Start. Das ist vielleicht wenig noch. Er hat das Glas noch nicht gesetzt in der Mitte. Schnell jetzt an den Ecken die Dinger hoch. Mach schnell die Dinger hoch! Ja! Zwei hoch! Ja! Ah! Der Wald hat sich warm. Ja! Ecke warm. Oh mein Gott! Ich hab ca. 89% ich bin schuld. Schade! Ja, was ist das? Oh nein! Not that bad! 87! Oh shit! So! Das war's mit... Eine Runde Master Builders, andere Runde Speed Builders... Äh, aus Dreisichten. Wir hoffen es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, kommentiert fleißig und... Abo nicht vergessen, ne? Genau! Abo nicht vergessen, Leute! Bringt Vorschläge für die nächste... Fürs nächste Video, was wir noch so machen können. Und... Dann bis zum nächsten Video! Ciao! Tschüss! Tschüss! Tschüss!